Ja, ich bin hier so reingebläst, dann kommst du raus an die Leisung. Mir ist gefehlt, Alter. So, wollen wir Zeit kommen. Oh, ein bisschen Allrad, ne? Genau. Was sagt der 8? Und? Keine Ahnung. Naja, 8, ich meine ja irgendwann von 8, 7, 20 oder so gesehen zu haben. Können wir ja mal gucken. Was ja jetzt ja komplette Runden vorhin ist, oder? Ja. 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 Ja, das ist ja nicht immer jede Runde genauso wie die andere, ne? Ja, natürlich. Manchmal triffst du das Beste, manchmal das. Ja. Ja, richtig gut jetzt. Gut gefallen. Ja. Ja, du bist auch relativ flott am Schwedenkreuz und mit schönen Schleppgas hier rein. Die fährt mir auch gut. Dann sieht alles gut aus. Also, das geht doch nicht mit meinem viel schneller. Wenn überhaupt. Du bist gar nicht wirklich großartig. Ja, die ist schon erstaunlich. Wie hat die bliecht? Ja, die ist schon erstaunlich. Wie hat die bliecht? Tschau. Das ist auch richtig schnell hier in dem Metzgesfeld, das will ich dir sagen. Das geht auch nur, wenn du hundertmal schon gefahren bist, das Stück nach mehr. Mit den langsamen, mit den langsamen, wo er in der Gruppe ist, wo er jetzt die zweite Runde mitfährt. Mit dem Jaguar, von dem ich dir erzählt habe, ne? Ja. Ja. Genau. Ein kleines bisschen zu schnell. Ja, aber du musst es ja überholen. Also, das buchen wir jetzt mal ab, gut da. Bibi. So, jetzt mal den letzten Zentimeter rechts ausnutzen, bitte. Und Attacke. Jawoll. Sehr gut. Der Friedhelm hat mich nicht verstanden. Ich wollte ihn nur grüßen. Ja, ja. Deswegen habe ich die Lichthupe gemacht. Ja. 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 Ah, mein Freund mit der Exige. Ja, komm. Ich kriege da jetzt nochmal eine Packung. Ne, ist er nicht. Hä? Sehr schön. Ja, der ist schnell mit dem Ding hier. Und der ist unglaublich schnell. Also, der ist Wahnsinn. Das Fahrwerk ist gut. Gefällt mir. Wielstein. Ja. Habe ich vorher drin gehabt. War auch nicht schlecht. Aber ich habe manchmal auch das gefällt, der Wolfgang Weber da. ein bisschen mehr für Hockenheim und Noschersleben zusammengeschraubt hat, als für so etwas hier. Vielleicht geht es im Takt zu hart. Der federt ja richtig satt ein. Das ist richtig schön. Ich habe den Schlüssel da gleich aus der Tasche gefallen. Den findest du nicht mehr wieder. Na, weil ich doch. Ja, der leckt mich doch am Beutel. Golf R erster Hand. Ich kaufe es jetzt. Fass. Der passt in. Besser als eben. Ja? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Also wir könnten noch eine fahren, ne? 10 nach 4 haben wir, das heißt also rausfahren und reinfahren schaffen wir sowieso nicht mehr. Nee, wir fahren doch halt. Ist doch egal. Irgendwo ist der Schlüssel hier. Scheiß drauf. Gleich mal bei Döttinger. Ja. Ja. Ja.